Was geht ab guys? Recht herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video. Ja, heute kein Sim Dispatcher wie versprochen eigentlich, sorry guys. Blaulicht Video kommt morgen, ich habe ein bisschen die Tage verwechselt. Dafür gibt es heute ein anderes Blaulicht Video, was ganz, ganz schnell geht. Also es ist hier ein relativ flottes Video. Denn Notruf 112, der Showroom, hat ein kleines Update gestern rausgebracht. Und ich dachte mir so, im Stream haben wir nicht darüber geredet am Montag. Weil es da einfach nur um LS ging. Deswegen dachte ich mir so, okay Dienstag kommt jetzt doch spontan ein Showroom-Update. Der ein oder andere Dude hat es sich gewünscht, dass ich da mal kurz meine Meinung drüber schmeiße. Und fertig hat sich die Sache, ja. Am RTW hat sich prinzipiell nichts geändert. Ich habe den RTW aber jetzt trotzdem mal kurz, weil einfach RTW, reingehauen. Da sind wir beim letzten Mal stehen geblieben beim RTW. Und deswegen dachte ich mir so, der RTW ist immer schick, den kann man sich immer geben. Ja vorab, der Showroom ist ab jetzt mit VR-Technologie sozusagen ausgestattet. Das heißt, wenn ihr Bock habt, den krassen Showroom mit eurem Oculus Rift oder VR-Brille oder wie die alle heißen, zu betreten, ihr dürft es. Jetzt könnt ihr euch reinsetzen, ihr könnt es fühlen, was VR bedeutet. Im Notruf 112-Showroom ab sofort. Ja, das ist seit gestern, ab heute sozusagen möglich in dem jetzigen Update. Des Weiteren können wir jetzt die Normal-Map und die Metallic-Map, so wie das richtig heißt. Das habe ich mir hier aufgeschrieben, dass ich da, also zwei Sachen mal auswendig lerne, das ist bei mir nicht. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit auch die Normal- und Metallic-Map zu bearbeiten. Das heißt, ihr habt jetzt sozusagen für eure Skins, für eure Sachen, könnt ihr jetzt noch viel mehr mit rumbasteln. Aktuell ist ja auch der Workshop gut voll mit Ideen von Fahrzeugskins und und und. Wenn ihr da mal was sehen wollt oder so, dass wir so ein Best-of machen oder meine persönliche Best-of zu den Fahrzeugskins, dann schreibt es in die Kommentare, dann können wir das auch mal machen. Und ja, ich glaube, das waren die zwei kleinsten Veränderungen, aber zwei ganz neue coole Sachen, die jetzt reinkommen, habe ich hier und zwar Punkt Nummer 1, wir haben ab sofort einen PKW von der Mühlheimer Feuerwehr. Ja, zählt als KDOW wahrscheinlich, meiner Meinung nach ganz nett. Ich weiß jetzt nicht, also ich bin gespannt, was man mit dem dann am Ende wirklich macht. Denn ich bin jetzt irgendwie noch nicht so der Typ, der jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt unbedingt einen KDOW. Aber sind wir mal gespannt, denn es gibt ja auch noch den ELW, den dürfen wir ja nicht vergessen. Äh, ja, anscheinend hat er die Kennung hier drüben, die 1-18-04. Warum der die hier nicht hat oder ob das so wirklich so ist, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber dafür seid ihr wieder da, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, was mich schon ein bisschen gestört hat, ist, dass dieses Feuerwehr hier, äh, ja, wenn ich, wenn man, so, Kuhn-E, hier, Kuhn-E, ich muss wieder mit der Steuerung klarkommen. Äh, wenn man hier das Feuerwehr, finde ich ein bisschen gequetscht, das sieht man vorne ein bisschen besser. Äh, da bin ich irgendwie immer so eitel, wer, wer Schrift quetscht, hat es irgendwie nicht verstanden, weil Schrift quetscht man einfach nicht. Naja, vielleicht soll das auch so sein, vielleicht ist es im Real Life wirklich so, da möchte ich nicht zu vorgreifen und nicht zu pingelig sein, aber das ist so aktuell der Stand der Dinge. Naja, gut, das war auch das einzige Feuerwehrfahrzeug, das dazugekommen ist und, ähm, naja, zu unserem RTW hatten wir ja prinzipiell einen neuen Bereich und es gibt jetzt seit neuestem noch einen neuen Bereich und zwar die Polizei. Ja, mit dem NRW-Skin, ne, die NRWler, natürlich, München Heim an der Ruhe ist in NRW, wer es nicht noch nicht wusste, hat es jetzt spätestens bemerkt. Ja, die Polizei ist auch, ähm, jetzt mit drin, ob wir Polizei spielen können, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sieht man jetzt schon mal das Fahrzeug, das uns dann an Einsatzstellen begegnet, was ich cool finde. Ähm, ja, Belichtung, sehr schick gemacht, also BMW kann man eh nicht viel falsch machen, BMW, gleich noch der hier, ähm, hat so dieses typische, typische Dasein. Was mir jetzt gerade noch fehlt, ist, hat der hinten keine Beleuchtung, also, wenn ich vorne Licht anmache, dann, sag mal, haben das die anderen. Ja, guck, hier funktioniert aber irgendwie der, beim PKW auch, aber beim, beim Polizei-BMW, da gibt's nix. Gut, äh, ja, äh, hab ich schon mal einen Titel, Polizei-BMW, äh, ohne, ohne Rückleuchten, weil die Polizei braucht keine Rückleuchten, oder irgendwie sowas, keine Ahnung, äh, bin ich mal gespannt, natürlich harter Clickbait-Titel. Ähm, gut, ja, äh, ansonsten, Blaulicht, ja, sehr grell, also tut ein bisschen in den Augen weh, Textur, ja, ist okay, ich finde diese Blaulichter halt jetzt auch nicht die Svare, ne, dann kann, hätte man auch einfach so einen Balken draufschmeißen können. Hm, ja, was soll man da sagen? Geist, schreibt es mir in die Kommentare, was haltet ihr von dem Polizeimodell? Ist es zu simpel, wenn man die anderen so detailliert hat wie möglich, ähm, fängt ja schon mit diesen Kleinigkeiten an, oder sagt man, ja, nee, ist so in Ordnung. Wir haben hier auch noch nicht das Blaulicht angeschaut, ne, also hier seht ihr beim KDOW, da, 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 da Gisto Pogo, da ist alles Party, schöne Blaulichter, das muss man sagen. Aber das war's, ähm, aber bei der Polizei, da, da, da sind die 5 Euro, äh, in der Stunde mal kurz gespart worden, meiner Meinung nach. Vielleicht soll das auch so sein, ist nicht mein Bier. Ich bin gespannt auf eure Meinung. schreibt sie in die kommentare und ansonsten ja man sieht hier die polizei die ist komplett leer ich auch vielleicht noch hinten den ruck also hinten irgendwie war was reingeballert oder so also kennt man gar nicht dass es so undetalliert ist die polizei fährt hier auch ohne funk da ist was los schwächelt schwächelt jetzt notruf 112 schon wieder mit detail grad sitzen also der kdw hat funk können auch mal kurz aufmachen da hinten nichts drin da kommt das noch hoffen wir mal ja keine ahnung erster eindruck offen auf dem showroom okay also ja polizei enttäuscht mich ein bisschen aber vielleicht soll zu sein vielleicht auch nicht was haltet ihr davon wie findet ihr das update findet ihr die fahrtüge die reingekommen sind für euch gut genug und habt ihr bock weiter zu skinnen kennt ihr eigentlich überhaupt gerade und sowas also seid ihr im showroom aktiv ich hatte den showroom muss ich sagen deinstalliert und haben gerade kurz neu installiert wo jetzt die update news rauskam naja bin gespannt was da von euch kommt so muss man das eher sagen und ich wünsche euch noch einen schönen abend ansonsten wir sehen uns morgen wieder 19 uhr zu sim dispatcher das kann ich euch versprechen und bis denne haut rein spitze hoch und brust